In Brücken hat einen neuen Trainer, Klaus Topmüller. Was sagen die Fans dazu? Schwänegeil. 100%ig Schwänegeil. Kannst du mir richtig glauben. Ich gehe schon immer 20 Jahre in den FC gucken. Aber ich sage mal, mit dem Mann packen wir es. Wir müssen es immer packen. Ich gucke, jedes Jahr legt mich am Arsch. So langsam müssen wir es nochmal packen. Wir gucken jetzt schon fünf Jahre in die Regionalliga, kommt das erste Film-Saison und geht man nicht mehr so ab. Er hat auch eine Menge neue Spieler mitgebracht, unter anderem Carsten Hudwerker aus der Bundesliga. Super-Purschi. Super-Purschi. Ne, ohne Scheiße. Der geht mir voll ab. Also ich hoffe mal, von dem Mann keine Sache. Ohne Witz. Was denken die Fans dazu? Steigen wir dieses Jahr in die 2. Liga auf oder nicht? 100%ig, mein Schatz. 100%ig. Glauben wir es. Geil.